moin leute was geht ab hier ist wieder euer geist heute möchte ich euch in diesem video zeigen wie ihr den backblink den pickaxe und die zwei geheimen stile für den soran das kennt bekommt und zwar als allererstes für das backblink müsst ihr hier bei steamy steaks landen das ist hier oben am strand leute da ist soweit sie so oben oben links bei steamy am strand hier landen aber ein paar leute so leute und zwar genau an diesem felsen ist dann das backblink so einfach aufheben und schon habt ihr es und als nächstes müssen wir hier unten zum eis so leute hier angekommen müsst ihr zu dem eisberg hier hinter dem eisberg an diesen fahren die hier überall rumstehen wird die pickaxe sein das will ich euch jetzt mal zeigen so leute und zwar ja da liegt die pickaxe schon auf den eisberg an dieser fahne hier könnt ihr dann die pickaxe aufsammeln so jetzt habt ihr den backblink die pickaxe dafür nur noch die zwei stile die zeige ich euch jetzt wo ihr die bekommt so leute um nun den ersten stil freizuschalten den geheimen stil müsst ihr einfach in so eine heu versteckt gehen könnt ihr ganz easy bei franzi farm machen und schon seht ihr da oben neuen stil da gibt es noch ein stil leute den zeige ich euch jetzt noch und dann sind wir durch mit dem video let's go um nun auch den letzten stil freischalten zu können leute braucht ihr einfach so eine mülltonne ihr könnt einen x beliebige nehmen ich habe jetzt die bei hydro 16 genommen hier und zwar müsst ihr einfach hier rein verbergt und schon habt ihr den stil leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da ein abo wird mich freuen ansonsten bis zum nächsten mal leute macht's gut tschau 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 tschau